Ich würde sagen, wir gehen direkt nach oben weiter, weil das ist nicht sehr weit weg, die Quest, die wir da haben. Wenn du mir sagst, wo oben ist. Mir nach. Wait! Ja, ich komm schon. Auf den Weg? Ja, ich bin hinter dir. Sehr schön. So, wieder Hood ausmachen, damit es wieder schön aussieht. Weit raus! Mein kleines Viech, da kommt von hinten noch angerannt. Sehr schön. Die reisen der Ritter. Von Drabulen. Drabulen, genau. Grüne Sumpfland entdeckt. Ach, da musst du lang. Ja, warum ist es? Wow. Ah, das ist Jalek, mit dem sollten wir doch Jajak, sollten wir nicht mit dem reden? Kommt mir irgendwie kein Vatername. Das ist Erstattekommander Jajak Bericht. Das ist von der Mission Unentschuldigt, das werdenbleiben. Ah, okay. Gespräch. Beginnen. Okay, jetzt ist es sicher. Sagt, was ihr wollt. Dies ist ein militärischer Außenposten und souveränes Gebiet der Galaktischen Republik. Wir werden uns, wenn nötig, mit tödlicher Gewalt wehren. Ich finde diese beiden Dinger im Hintergrund genial. Riesen, 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 ja. Nein, nur zwölf gewürfelt, was? Riesenröhre. Wenn ihr einen Jedi nicht entschuldigt, vergebt mir meinen Verfolgungswahn. Soweit in der Wildnis gibt es keine autorisierten Reisen. Also ist es meistens besser, erst zu schießen und dann zu fragen. Ich gehe nicht davon aus, dass ihr von Commander Gardet Neuigkeiten über unsere Vorräte bringt. Ja, der Gardet ist nicht so ganz ein feiner Kerl. Eure Vorräte sind unterwegs, aber nicht wegen Gardet. Klingt, als steckt eine Geschichte dahinter. Aber ich werde eure Zeit nicht verschwenden. Ich möchte euch nur danken. Ich gehe nicht davon aus, dass ihr irgendwas von unseren Jungs gehört habt. Wenn sie noch leben, haben sie besser eine gute Erklärung dafür, uns so hängen zu lassen. Äh. 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 Nein, wieso habe ich nur eine 6 gewürfelt? Eure Männer sind verschwunden, weil sie es nicht länger ausgehalten haben. Sie haben desertiert? Feige Hunde. Nehmt es mir nicht übel, Jedi. Aber das hier ist die Armee. Man meldet sich, weil man die Republik mehr liebt als sein Leben. Und wenn das bedeutet, im Dreck zu krepieren, in den Fängen eines Raghghouls. Tja, wer dazu nicht bereit ist, sollte sich nicht Soldat nennen. Wenn ihr die Jungs wiederseht, sagt ihnen, dass eine eisige Zelle auf sie wartet. Ich habe gesagt, dass sie tot sind. Der Handschuh sind ja kompletter Schwachsinn. Ja, wollte auch gerade sagen. Die sind irgendwie, ja gut, Präzisionskraft, Angriffskraft, aber... Bei mir ist gar nichts besser. Echt nicht? Bei mir war das eine, war ein bisschen besser. Ich habe halt gute Handschuhe. Das ist die besten. Hier hätten wir 300 Nebenquests, aber wir haben ja gesagt, wir machen keine Nebenquests mehr. Oh, danke. Wir machen nur noch die Lieder, ne? Und die, wie wir da angefangen haben. Ach, du bist doch reingegangen. Ach, da ist eine Lieder, ne? Ja, ich... Ne, das ist bloß das Fahrzeug. Oh, das können wir aber nutzen. Genau, damit können wir nämlich jetzt wieder zurückreisen. Ich wollte nur mal kurz gucken, was es hier noch so gibt, aber... Zelte. Zelte. Ich glaube, den Planeten haben wir jetzt auch schon ziemlich viel gesehen. Deswegen würde ich mal vorschlagen, wir... Wo ist das Ding? Hier. Da. Wo wir... Wo wir... Wo wir hin sollen? Ja. Ich schaue mal kurz. Ich schaue gerade mal auf die Karte. Ja, genau. Ich glaube, das sinnvollste wäre... Zum Kolonistenbunker. Wegpunktstation Dray, da haben wir noch eine Quest. Also wir müssen zum Kolonistenbunker. Dray haben wir eine Quest? Ja, in der Nähe von Dray. Das ist aber die Einzige, die noch irgendwo weiter draußen ist. Alle anderen sind am Ende von dem Ding. Also... Also Dray. Also Dray. Dray, ja. Weiter kurz. Äh... So dass ich zu dir kommen kann, auch noch aufdrehen kann. Dray. Die Leiterwegpunkt... Achso, da ist... Wo ist... Ah, da ist Station Dray. Oh, okay. Die ist grün. Natürlich das HUD ausschalten. Ja, das ist bei mir auch grün gewesen. Wow. Ein bisschen rauszoomen. Ah, da hinten ist der Drabo. Ja, natürlich. Da vorne ist der Len gewesen gerade. Ja, ich sehe dich immer noch. Unser kleines Wetterrennen hier. Ich will für den Gewinner aber momentan. Wetterrennen. Wir fahren auf derselben Geschwindigkeit. Wettschweben. Wettschweben. Wett... Jet... Ähm... Äh... Es ist angenehm hier durchzukommen. Wobei auf dem Planeten schon wieder relativ wenig los ist. 46 Leute sind hier gerade online auf dem Planeten. Von unserer Gilde sind momentan 9 Leute online. Von 200... Irgendwas? Also es sind schon über 200 in der Gilde. Und... Ja, da haben wir angefangen vor ein paar Parts. Ah, fahr mir nicht hinten rein. Sonst magst du es doch auch immer. Fick dich. Schickes Fahrzeug, mein Freund. Schickes Fahrzeug. So, ähm... Da müssen wir raus, ne? Ja. Das müssen wir tun, ja. Schauen wir mal. Ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Wir haben übrigens auch die Namensschilder ausgeschaltet mittlerweile. Falls euch aufgefallen ist. Einfach damit uns nicht irgendwelche Leute mal in die Aufnahme springen, um mal mit sie zu sehen sind. Weil jetzt, wenn sie reinspringen, dann ist halt ein Charakter zu sehen. Das finde ich jetzt nicht so schlimm, aber... Außer natürlich ist es jetzt ein großes Viech, dann ist es schon etwas nervig. Ein ganz großes. Wenn man auf Tages unterwegs ist, da braucht man... Runter? Nein, nicht runter. Nicht runter. Oh! What? Ich habe die Kamera, die falsche Kameradrehung benutzt. Wenn man die rechte Maustaste benutzt, dann benutzt du nicht die linke. Ja, genau. Verdammt! Kann man dir helfen? Ja, ich bin wieder hochgekommen. Oder kann ich so ein Seil da runter... So die Indiana Jones Peitsche einmal runterhalten? Ich bin... Ja, ich bin schon wieder hochgekommen. Bei mir wird das immer automatisch alles angepasst, glaube ich, farblich. Ich habe jetzt blaue Schuhe zum Beispiel. Aber ich habe da so etwas Farbliches gemacht. Ah, wo ist... Er ist weg. Drabus weg. Ah, schöne Musik. Sehr schönes Star Wars Musik. Da, da, ta, 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 ta. Okay, das ist schon zu Ende da vorne. Oh, okay. Hui. Da können wir auch schon mit jemandem reden. Ja, warte kurz, warte kurz. Lager? Ich bin da. Du bist da? Dann reden wir mit ihm. Ja. Willkommen, Jedi Meister. Was verschafft unserer bescheidenen Siedlung diese Ehre? Braucht ihr etwas zu helfen? Zu essen oder zu trinken? Ihr sollt alles haben, was ihr braucht. Ihr seid in Gefahr, mein Freund. Ein Sith will euch alle tot sehen. Ich bin hier, um euch zu beschützen. Ein Sith? Aber warum denn uns? Wir haben doch nichts getan. Seit wann brauchen Sith einen Hund zum Morgen? Wie schrecklich. Auf so etwas hätten wir nicht vorbereitet. Oh. Bildschirm. Bildschirm wackeln heißt nicht, was Gutes. Wir sollen auf eine Welt zurückkehren sollen, die nicht euch gehört. Ja. Oh. Aha. Taris gehört dem Sith-Imperium. Jetzt und für immer. Ähm. Eure Bestien ängstigen sich? Ihr vermutet zu viel. So ist es. Dieses Wissen ist bedauerlich lückenhaft. Bevor ihr sterbt, stillt meine Neugier. Meine Mission war geheim. Wie habt ihr davon erfahren? Kennst du das? Zipf? Verrat aus euren eigenen Reihen und so? Hä, 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 hä. Ihr könnt euren eigenen Leuten nicht trauen. Deswegen wird das Imperium auch fallen. Ich werde Darth Angral von diesem Sicherheitsverstoß berichten. Aber eins nach dem anderen. Meine Tiere sind bereit zum Spielen. Ihr auch? Nicht abhauen. Nicht abhauen. Den Deathpack, gell? Äh, ja. Aber jetzt spielen wir erstmal mit ihren Tierchen. Oder? Oh. Sie fliegt sogar. Oh. Deswegen die Helden 2+. Ist sie etwa ein Saiyajin? Wieso Helden 2+. Das ist eine Hauptmission. Oh Gott, was? Oh je. Oh, okay. Sind sie stark? Nein, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe sie noch nicht angegriffen. Oh ja, doch. Die halten... Naja, es geht. Ja, doch. Okay, Kira hält den einen in der Luft. Das ist easy. Stimmt. Und ich kämpfe gegen den anderen. Sehr gut. Kira kämpft auch noch mit gegen den anderen. Erster ist tot. Harter Brockenfleisch, na. Ein Traumwert war. Ja, die sind ja echt kein Problem. Die sind ja wirklich lachhaft. Ja, aber sie ist ja auch noch da. Ja, sie blitzt ein bisschen viel. Das macht mir Sorgen. Echt? Achso, ja, momentan. Stimmt. So Blitze sind ungesund. Auf jeden Fall. Da weiß der Raider, wovon er redet. So. Ich habe sie. Soweit bin ich mit den Filien fertig. Wie schaut es bei dir aus? Ja, same. Warte, lass mich sie noch looten. Nice. Oh, jetzt kann man mit ihr reden. Machen wir doch, oder? Ja. Oh, ist geblitzt. Bislang konnte mich noch keine Kreatur aufhalten. Ihr solltet euch geehrt fühlen, dass ihr durch meine Hand sterben dürft. Es ist so cool, wenn meine immer das gelbe Lichtschwert aufmacht. Mein blaues Lichtschwert auch sehr cool. Oh. Oh, ich bin ausgewichtigt. Ach, Kira hat sie hochgehoben. Oh, ich bin ausgewichtigt. Also schwer ist es gerade nicht. Nee. Wie gesagt, wir sind ja auch noch deutlich über ihr stufenmäßig, musst du denken. Und dadurch, dass wir immer geheilt werden, auch noch zusätzlich von Kira. Das stimmt ja. Wird natürlich auch nicht unbedingt schwerer. Oh, schönes Ding. So, jetzt einmal das hinterher. Und irgendwas lädt sie auf. Ah. Die lädt gar nichts mehr auf. Ja, jetzt ist sie auch. Hi. Was hat sie denn dabei? Irgendwas grünes, was? Grün war es bei dir sogar. Oh, ein Schuss Abwehrhänden, den ich nicht benutzen kann. Großes Tonnen Gehirn. Schauen wir mal. Okay, und jetzt? Ah, jetzt können wir wieder mit dem Typen reden. Ja. Der uns sehr groß geholfen hat. Naja, immerhin. Reden wir trotzdem mit ihm. Sir Sith, Ihre Bestien. Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätten wir uns in Stücke gerissen. Unsere Siedlung ist noch neu. Wir haben jede Menge Vorräte. Nehmt euch, was ihr braucht. Aber wir sind Jedi. Das ist doch nicht nötig. Eure Sicherheit ist mir Belohnung genug. Als ich noch ein Kind war, haben mir meine Eltern Geschichten, über die Jedi erzählt. Jetzt weiß ich, dass sie wahr sind. Alle. Gut, dass wir das geschafft haben. Aber jetzt müssen wir Wächter 1 noch sein selbstgefälliges Grinsen austreiben. Sollen wir? Auf jeden Fall sollen wir. Oh ja. Oh. Oh. Das ist nicht besser. Okay. Aber alle schlechter. Ja. Ja gut, ich habe meinen Umhang. Ah, Stücke 31. Ja, ich will meinen Umhang sehr lange behalten. Ich finde den so cool. So gut. Oh, die Musik. Vermächtnisstufe 1. Oh, ich bin bei Vermächtnisstufe 2 schon. Oh, heavy geht das. Firewalker. Gut, und das ist die deine? Die Musik ist gerade richtig schön. Ja. 50.000? Wo ist denn diese totale Auslöschung-Quest gewesen? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, die hatten wir... Hatten wir die nicht schon mal? Dann hätten wir sie ausgeschaltet, oder? Wahrscheinlich. Aber gehen wir mal kurz raus. Gehen wir mal kurz raus und schauen mal. Hi. Ach, da oben ist sie. Ich sehe sie. Die ist direkt auf der anderen Seite. Die ist direkt hier auch. Hä? Die ist direkt hier auch. Die auf der anderen Seite einfach rüber. Da können wir ja noch schnell rüber gehen, oder? Ja, gut. Das ist ja nicht so der Umweg. Und wir schauen, dass wir da irgendwie hinkommen. Ach so, steil nach oben geht es glaube ich nicht. Nein. Ja. Arma. Aber wo es grün ist, kann man doch bestimmt steiler nach oben, oder? Ja. Ich glaube, wir kommen hierher. Nein. Ja. Ja, doch. Easy. Das ruckelt zwar wie solche gerade, aber easy. Ist bei mir auch so. Ist bei mir auch so. Liegt am Spiel. Optimiertes Spiel-Hashtag. Ja, ich sehe es ja. Wenn mein Prozessor bei 50% ist und meine Grafikkarte auch bei 50%, dann kann es nicht ruckeln. Wo ist der Eingang? Also meine Prozessor sind angeblich bei 20%. Und da unten sieht es doch noch Eingang aus. Ja, dann lass uns doch runterspringen. Für den König! Oh, ich habe Schaden genommen. Im Vehikel habe ich Schaden genommen. Oh. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Ja. Solltest du mal lassen. Ah, was zur Hölle! Auf einmal brennt hier alles. Da brennt der Hintern. So. Ist das Gift? Das stinkt die Granatik wahrscheinlich, was du mal machst sonst. Hahaha. Ich meine jetzt nicht in echt, sondern ich meinte bei. Bei? Bei Star Wars Battlefront. Ach so. Die Axis Granate. Ja, wie viele das hier auch sind. Die kriegen Teufelskerl von den Piraten. Piraten-Hackenschütze, der hält aber einiges aus, du. Ja, der hat uns was ausgeheckt, der Heckenschütze. Der hält wirklich einiges aus. Alter Schäle. Und den Teufelskerl werden wir gleich mal den Teufel austreiben. So. Ende Gelände. 25 müssen wir töten von denen. Oh, so viel Loot. Nichts wirklich was dabei. Geh mal rein, oder? Wenn du mir sagst, wo es reingeht. Ah ja, da. Da vorne ist der Eingang. Da sind auch schon zwei andere. Servus. Aua, 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 aua. Ich werde von hinten. Ja, wir können eh noch nicht, weil wir im Kampf sind. Ah, hör auf zu ruckeln. Dreckzack, aufsässiger Pirat. Hör auf, dich hinzusetzen. Äh, aufzusetzen. Was fällt ihm auch immer ein? Gemeiner Kerl, gell? Ja, voll. Jetzt hat er sich auch noch geheilt. Ich glaub's ja nicht. Kira, heil mich. Wo bist du, Kira? Kira! Der hält einiges aus. Meine Güte. Da ist noch einer. Ich helf dir mal ein bisschen. Oh, Feuer. Okay, ich hab einen Piraten. Toder Pirat, guter Pirat. Merkt ihr das? Ja. So. Oh, weggesangt. Da ist er noch einer. Äh, drei sogar noch. So viel loot, so viel loot. Auch das ist der Pirat. Die sind gut. Erstaunt ist interessant, wie viel die aushalten ist. Hätte ich nicht gedacht. So, jetzt machen wir wieder ein bisschen schneller kämpfen. Ja, das finden wir bestimmt gut. Da kriegt so ein Tritt ins Gesicht, auch wenn es nichts bringt. Aber es sieht gut aus. Ach, das ist ein Gegner. Nein, nicht gleich wieder looten. Umbringen sollst du. Looten können wir danach auch noch. Na, auf. Feuer, Feuer, Feuer. Feuer heißt, Auer. Schmerzhaft, ungut. Ungesund. Okay. Weg is er. Loot. Wiederschauen. Reingehauen. Loot. So, haben wir jetzt 14 von 25, haben wir auch besiegt. Äh, Kira. Tippen wir mal, da drin geht's noch. Da gibt's noch ein paar für uns. Äh, mein Mantel ist irgendwie verdreht. Dein Mantel ist verdreht. Ja, das ist... Wartest du auf mich? Ja, ich bin drin. Ist ja Helden 2+. Ach ja, stimmt. Das ist Zertrabo. Tschüss. Piraten-Veteran. Ah, der hat sich gleich ausveteriert. Der schießt erstmal nach oben. Ja, ich muss erstmal zeigen, wie cooler ist. Aber nicht cool genug. Ich bin wieder zu schnell losgelaufen. Das ist immer mein Ding. Oder kann man was machten? Aber nicht so weit machten. Na komm, macht. Okay, ich glaube, ich hab sie geärgert. Sie ist bereit. Jawoll, einmal die Machtangriff machen. Wir müssen diese Attacken, die auf Meere gehen, mal ein bisschen stärker werden. Das ist echt schon ganz praktisch. Der wollte gerade wieder in die Luft schießen. Ich konnte ihn gerade noch davon abhalten. Ich kann die Leute übrigens auch so festhalten. Ich schätze mir da wieder ein. Ich muss mir irgendwann mal in Ruhe wieder mal ganze Fähigkeiten anschauen, damit ich dir auch mal entsprechend nutze. Ja komm, das sind wir hier auch schon kombinieren können. Ihr ganzes Zeug wieder einzeln. Geht doch nicht. Na, looten. Piratendieb. Ein gelooteter Piratendieb ist ein guter Piratendieb. Außerhalb der Piratendieb auch ein guter Diabendieb. Nicht wenn sie uns treffen. Tja, das stimmt, ja. Huch, was bringt meine vier? Und dort. Zwei fehlen uns noch. Also mir fehlen noch zwei. Ja. Wir finden dir noch. Zwo. Was war das? Gefährtentanz. Oh yeah. Aha. Oh yeah. Aha. Okay. Alright. Okay. Geh mal gleich zu den Dingern, oder? Und kämpfen hier nicht so lange noch rum. Wirbelwind. Piratenveteran. Der darf sich mal veteranisch... Das ist so krass wie der zuschlägt, wenn er in diesem Kampfmodus ist. Das ist so cool. Ach, Bundesmission abgeschlossen. Ja. Schadet nicht. Aber man merkt schon, man steigt nicht mehr ganz so schnell auf, wenn man nicht mehr alle Nebenmissionen macht. Das ist ja nicht schlimm. Ja eben, dadurch wird es auch ein bisschen spannender, glaube ich, wieder. Ich will zuschauen hier. Glaube ich nicht. Das ändert, glaube ich, so gut wie gar nichts. Das ändert alles. Du hast dein Piratenveteran vergessen. Echt? Ja. Deine Kira kämpft damit. Ach, Kira. Kira macht das schon. Siehst du, Kira macht das schon. Nein, ich habe es gemacht. Ohne Kira hättest du keine Chance gehabt. Natürlich. Ohne deine Kira vor allem. Ohne meine Kira. Bist du schon beim nächsten? Ja, warte, ich will da erstmal das Aktivieren mit der Macht. Der hat mich in die Luft gejagt. Das ist schade. Wieso macht der sowas denn? Ich weiß es nicht. Oh, gemein. Oh, das war ein Weitersprung. Schön weitersprung. Hier Attacke machen. Sehr mächtig. Sehr mächtig. Während das mal kurz looten. Looten. Nur die guten looten, ihr wisst es, ja. Loot, loot. Loot, loot. Loot, loot. Loot, loot. Wow. Wie macht der Loot, wie macht der Loot-Train? Loot, loot. Loot, loot. Wieso sind das schon wieder welche? Die sind da immer noch, glaube ich. Ich habe den höheren Punkt Piratendieb. Das ist keine Chance. Ja. In Star Wars stimmt das vielleicht. Von wei, ob das damals auch schon gestimmt hat? Das ist schon ein bisschen länger her. Also das ist noch länger her. Ein paar Jährchen. Ach, was einmal stimmt, das stimmt immer. Bei Star Wars schon. Star Wars ist gut, stimmt auch immer, siehst du. Außer Disney kauft es auf und sagt, alles ist wieder unkanon. Dann stimmt das alles nicht mehr. Aber gut ist es trotzdem. Richtig. Ich finde es gut, was Disney gemacht hat. Ich auch. Es bringt Ordnung. Ich finde vor allem gut, dass es wieder neue Filme gibt. Und Serien und so weiter. Und Thrall kommt jetzt auch. Sowieso. Hui. Ich weiß ja nicht, ob du den neuen Rebels Trailer schon gesehen hast. Nee, ich habe den bewusst ignoriert, den Rebels Trailer, den neuen. Dann habe ich dich gerade ein bisschen gespoilert. Wie kannst du nur? Ich weiß. Nee, ich habe den bewusst, weil der letzte, der hatte immer die halbe Staffel gespoilert, die Trailer immer, deswegen sind wir ein bisschen schade. Und die sind auch immer so lang, die sind immer drei Minuten oder so, diese Trailer. Ja. Oder? Das ist halt echt. Ja, ja. Tahrulwein. Oh. Was habe ich jetzt bekommen? Grün. Wein hast du bekommen. Ja, Tahrulwein. So ist es. Ah. Und kaputt. Nice. Die Notgenerator müssen wir auch noch kaputt machen. Ja. Was die hier auch alles ran geschafft haben. Wahrscheinlich auf der anderen Seite von Tahrulwein. Einmal nochmal durch die ganze Tahrulwein kämpfen. Jawohl. Da kämpfe du mal gegen dir alleine. Ich muss noch looten. Mach das. Mach ich. Ich würde gerne dich auch noch ein bisschen mehr verletzen, hier. Und eine Attacke, die mehrere trifft. Das Ding haben wir noch gar nicht aktiviert da hinten. Nicht den. Nicht den angreifen. Na das hier. Das da. Hihi. Hä? Was war das? Da war noch so ein Explosionsding. Achso. Bis zum nächsten Mal.